Viele Kilometer lang war den ganzen Tag über die Schlange der wartenden Menschen, die Generalissimo Franco die letzte Ehre erweisen wollten. Das Viertel um den Königspalast, in dem der tote Diktator aufgewahrt ist, wurde zur Zone der Ruhe erklärt. Der einbalsamierte Leichnam des 82-Jährigen in der blauen Gala-Uniform eines Generalkapitäns war heute früh in den Säulensaal des Schlosses übergeführt worden. Bis zum Abend zogen mehrere 10.000 Bürger an dem Sarg vorbei. Das spanische Fernsehen wird bis zur Beisetzung Frankos am Sonntag fast ausschließlich über die Trauerfeierlichkeiten berichten.